Und damit herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ähm, nope. Kann ich vielleicht mal... Okay, kann ich nicht mehr. Ähm... Jetzt weiß ich aber nicht. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, wo der gespeichert wird. Ob wir das Ding schicken. Warte mal, ich glaub... Oh, der hat das glaube ich nicht gespeichert. Oh... Ich glaube, wir müssen nochmal... Ähm... Ja, die Tür ist zu. Wir müssen nochmal zum Ding. Äh, hier... Dann... Dings... Hebel tätigen. Oh... Wenn ich eine Batterie nehme. Okay... Jo... Hier... Hier... Kommt er schon mal hin? Hier... Also... Das ist irgendwie ganz komisch. Die Dokumente speichert er aber nicht, dass wir jetzt schon der Hebel betätigt haben. Oh, der Ding, äh... Knopf, wie er gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der ist. Ob der gleich noch nie herkommt. Ähm... Ähm... Ich frag mich immer, was... Ich frag mich immer, was... Ich frag mich immer, was... Ich frag mich immer, was ich... Schon letztes Mal hab ich, was das ist. Ähm... Der hat den... ...betten aber der... ...der ist hier... ...und nicht mal. Hallo, wie geht es? Letztes Mal war er hier um die Ecke rum. Boah, hab ich mich grad entschauen, ich weiß nicht, woher ich bin. Ich guck mal, was hier ist. Ich mach erstmal jetzt hier zu. Hallo? Guten Tag. Ähm, neue Batterie. Geh hin, Leute, aber sonst ist hier nichts, ne? Okay, dann. Fuck, Mann. Ich glaub, ich weiß jetzt schon nicht mehr genau, wo ich bin. Wahrscheinlich muss ich... Alter! Jedes Mal! Okay, Batterie. Hebel. Okay, jetzt ist mir scheißegal, was passiert. Ich glaub, ich darf das nicht zurück. Komm ich irgendwie durch? Oh, Mann. Fuck. Jo! Lass mich durch! Ich hab's gekorben. Ähm. Ähm. Voll, 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 voll. Okay. Also wir haben jetzt schon mal den Hebel. Ähm. Also... Ich glaub jetzt... Ja, braucht man glaub ich nicht, ne? Aber... Kann doch jetzt... Den Strom wieder anschließen. Äh, anschließen. Anstellen. Ich glaub wir waren hier grad, ne? Kann das sein? Ähm. Ah, ja. Das müssen nur hier gewesen sein. Dann sind wir hier rumgelaufen. Wenn man merkt, dass hier noch versperrt ist, dann müssen wir wieder zurück. Okay. Also müssen wir jetzt einfach mal noch... In die Mitte. Und diesen, äh... Knoppen betätigen. Ich hoffe, dass der jetzt vielleicht noch ein bisschen verbraun ist. Im Grunde. Kaffee holen oder so. Ich beeil mich einfach mal. Was? Zwei Gaspumpen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin. Oh Gott. Oh, wir haben es geschafft, glaube ich. Also, das ist die Tür. Okay. Das ist die Video-Kamera. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay. Okay, was müssen wir jetzt machen? Können wir eigentlich hier den Aufzug benutzen? Okay, wenn ich das nochmal mache? Schade. Okay. Das ist verschlossen. Warte mal, müssen wir jetzt vielleicht nochmal zurück und nochmal versuchen. Dings. Hier waren wir letztes Mal, ne? Da waren wir auch schon mal. Müssen wir hier nochmal versuchen. Äh, wo? Das sind wir anscheinend erschrocken. Nein, nein, nein. Nein, ich will nicht geimpft werden. Ich bin entschuldigt, mein Kind. Ich wollte das nicht machen. Ich wollte das nicht machen. Aber du kannst nicht weg. Nicht noch. Es ist noch nicht weg. Es ist noch nicht so weit, dass du es sehen kannst. Nein. Ok. Grell. Ok. Yay, wir sind in einer Gummizelle. Ja, natürlich haben wir noch die Videokamera. Wir haben eine Notiz. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schief gelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht im Blut an der Wand geschrieben. Steht denn hier noch so? Bernie. Ok. Westenpeace. Kreuze überall. Ok, ähm, kann ich hier warten? Oh, hallo. Äh, danke. Ich nehme an, die Tür hier ist verschlüssel. Oh, ja, danke. Nutzen die Tür. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an und sitze. Ich nehme an. Schöne, der ich sacht raus. Okay, was haben wir denn hier? Oh, hast du schon gefrühstückt? Ich geh mal weiter. Wer ist das? Vielleicht ist der Vater Martin. Vielleicht. Er sieht nervös. Ich möchte ihn töten. Wie ich. Der Priester fragt uns nicht. Es wäre impolite. Nicht hier. Wir geben ihm einen Starten. Da ist eine Idee. Und wenn wir ihn töten, wir töten ihn langsamer. Such patience. Ich will sein Ton. Und Liver. Sie sind dein. Äh, ja. Der Typ. Sprecher. Kann man so sagen. Ich halte das alles mal für die Kamera fest. So. Äh. Mir ist nichts. Hallo? Okay. Der will, glaub ich, drehen. Was ist hier aufgibt? Oh, kann ich jetzt durch? Warte. Okay, kann ich vielleicht noch mal... Okay, ich... Weiß nicht. Ich geh doch wo jetzt mein Baby. Ah, ich komme ja hoch. Boah. Na? Gott, verdammt! Was ist das Problem mit dir? Du wurdest nicht in das, du verdammt verdammt! Was? Ich guck mir erst meine Notiz an. Necromantin... Ah, ja. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser scheiß Ort. Derben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja? Ich... 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 Oh. Hey. Ich kann nämlich überhaupt gesehen haben. Was ist der Gegend? So... Till... Du... Oh... . Ach, ich... Jetzt sind wir unten am Zeボok. Gehen wir hier durch. Ah, okay. Und hier. Was gibt's hier so? Na du. Okay, uäh. Ganz ruhig. Ähm. Können wir den weg? Hier öffnen. Ja. Oh. Verstehe. Okay. Lass dich nicht stören, mach ruhig weiter. Hier waren glaube ich gerade diese... Oh Gott. Wir waren gerade diese, ähm... Nacky Boys. Wer steht denn da? Gott... ...always... ...perrote the way... ...follow up the image. Verstehe. 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 Speichert. Willkommen im A-Block. Bone. Okay. Okay. So you walk. Oh. Hallo. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Ich werde gleich verfolgt. Hör auf, wenn er für einen Moment denkt. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Sie waren Experimenten. Sie waren Rituale. Sie waren Rituale. Sie waren Rituale. Sieht gleich aus. Okay. Ähm. Interessant. Okay, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Okay. Okay.